Heyo Leute, ich mach heute ein Bad Wars 1 gegen 1 gegen Herr Maurus, der ist ziemlich unfähig und ich werde ihn ein bisschen trollen, weil ich hab im Modus, äh, auf Gommer, habe ich den Trollmodus, den kann ich aktivieren mit Slash Troll und ich glaub, das wird witzig, mal gucken, was ich mit ihm alles anstellen kann, er weiß, glaub ich, dass es das gibt, aber, dass ich das jetzt einsetzen werde, glaub ich nicht, ich streng mich jetzt erstmal ein bisschen an, let's go. Hallo Herr Maurus, alles fit bei dir? Klar, na, Logo. Bin eins gegen eins, ne, ich bin Team, äh, grün und du nimmst irgendeine andere Farbe, ja? Ich mach jetzt nämlich einfach Slash Start. Hast du dir eine ausgesucht? Eine Farbe? Ja. Geht in gelb. Okay, Maurus ist gelb. Gelb wie Urin. Moment mal. Oh, Maurus, das wird so lustig, sag ich dir. Ich weiß, dass du mich auseinander nimmst, das weiß ich jetzt schon. Jetzt mal gucken, ich glaub, ich mach dich innerhalb von ein paar Sekunden platt, ja? Glaubst du? Ich hoffe mal nicht. Was heißt, du hoffst mal nicht? Hoffst du das wirklich nicht? Nein, ich hoffe mal nicht. Dein Plan ist es, dich mal hops zu nehmen und... Du willst mich hops nehmen? Das heißt, dich auszulöschen und dein Bett zu zerstören. Was? Du willst mein Bett zerstören? Ja, klar. Das kann's ja nicht sein. Du willst... Was? Warum willst du mein Bett zerstören? Das find ich keine gute Idee, Herr Maurus, dass du mein Bett zerstören möchtest. Das find ich überhaupt nicht gut. Ich baue jetzt erstmal mein Bett zu. Ja, klar. Muss sein, ne? Wo bist du? Verrate ich nicht. Das verratest du nicht? Okay. Das verratest du nicht. Das wird interessant. Das wird ein interessantes Battle. Ich bin mal gespannt, ob du's schaffst, mein Bett abzubauen, weil ich schnell genug bin. Ich bin übel gut mittlerweile in dem Spielmodus. Ich hoffe, das weißt du. Das weiß ich selbstverständlich, dass du so gut bist. Darum hab ich auch so ein bisschen meinen Respekt vor dir, weil du hast... Du hast Respekt vor mir? Ja, weil du spielst das öfters als ich. Okay, ja. Da hast du recht. Da hast du recht. Ich spiel das ziemlich oft in letzter Zeit. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich an Dias komme, Herr Maurus. Wo bist du? Ah, du bist gelb! Du bist mein Nachbar! Okay, das ist lustig. Ey, wo bist du? Ach, verdammt, du bist neben mir. Ja, wir sind direkt neben mir. Ach, nö. Nee, nee. Ich hab Diamanten, Herr Maurus. Mich kriegst du jetzt erst mal nicht platt. Mich kriegst du jetzt erst mal nicht platt, weil ich habe mehr als genug Diamanten. Oh. Oh, oh, Herr Maurus. Ich sag's, wie es ist, aber es sieht nicht gut für dich aus. Momentchen mal. Jetzt war... Es war jetzt hier nicht den... Es sieht wirklich nicht gut aus für dich aus. Hä, warum jetzt? Entspann dich doch mal. Es sieht halt einfach gar nicht gut für dich aus, Herr Maurus. Ja, aber entspann dich doch mal. Einfach mal easy going. Ich soll mich entspannen? Ja, klar. Wieso soll ich mich entspannen, Herr Maurus? Sag's einfach, wie es ist. Hä? Bist du schon da? Nee. Oh, Herr Maurus, nein, ich bin runtergefallen. Ich bin so doof. Oh Gott. Herr Maurus, ich bin einfach runtergefallen, Mann. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Oh, nee. Nee, doch. Oh, einfach runtergefallen ist er. Ich muss mir mehr Diamanten holen hier. Hä, wo bist du? Ach, du bist in deiner Base. Okay, okay, okay. Das wird jetzt wild, Herr Maurus. Ich habe ein bisschen Angst vor, zu verkacken bei dir, bin ich ehrlich. Da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. Ja, einfach. Ich glaube, ich bereite mich jetzt erst mal auf den ersten Fight vor, Maurus. Du dich auch? Bist du bereit für ein Fight? Bist du bereit? Ich mache dich platt. Was baust du da? Du bist viel zu langsam unterwegs, Mann. Was denn? Ja, ich dachte, ich hätte jetzt mal hier einen Gegner. Aber was ist das, Herr Maurus? Oh. Oh. Au. Ah. Ey, ey, ey. Alter. Ey, jetzt hast du voll viele Rohstoffe von mir. Nein. Oh Mann, Maurus. Es darf doch jetzt nicht wahr sein, dass sowas passiert. Warte, ich brauche ein besseres Schwert. Oh, und ich brauche eine Spitzhacke. Oh, und ein Fireball. Maurus, jetzt wird es wild für dich. Pass auf. Jetzt solltest du dich festhalten. Wo bist du? Ha, 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 ha. Das Bett ist offen. Ich komme, Maurus. Oh, oha. Damit habe ich nicht gerechnet, Maurus. Das war Überraschungseffekt. Maurus? Ja. Guck mal. Bam. Ja, jetzt baue ich das Bett ab. Ey, ey. Maurus, du hast ja gar nichts gemacht. Aua. Aua. Ey. Warum baust du das denn zu? Wieso hast du das denn zu gebaut? Warum auch, ne? Ja, wieso baust du das nicht einfach zu? Du hättest das einfach zubauen müssen. Oh, Maurus. Mann, ist quer. Kommst du jetzt rüber? Jetzt kriege ich Angst, ja, Maurus. Jetzt kriege ich Angst. Kommst du jetzt... Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Maurus, du stirbst. Komm, ich lasse dich das Bett abbauen, komm. Komm her, ich lasse dich abbauen. Hast du den Pickaxe? Nein, du darfst es abbauen, dann sind wir im Gleichstand. Oder so, Maurus. Alter, du hast... Junge! Kennst du das Item, ne? Was machst du? Du musst es abbauen, Maurus, das Bett. Ja, ist klar, das kann ich nicht abbauen. Hä? Es gibt ein Konter-Item. Die Netherite Pickaxe. Ja, ist klar. Maurus, du baust doch ab. Kommt. Ey, 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 ey. Ey. Maurus. Was ist denn los mit dir? Maurus? Hallo? Was machst du da? Ja, das Ding ist da oben Du musst es da abbauen Ja, ist klar Du mich auch, guck mal Baust doch jetzt ab, Herr Maurus Bau das Bett ab Warte Ich hab ne Idee, Maurus Ja, was machst du da eigentlich Das ist deine Mission Maurus, ich hab ne Idee Also du kannst das Bett Versuch es, es gibt wirklich einen Trick Das abzubauen über die Ecken Versuch es mal bitte Ja Kannst du es versuchen Ich weiß, erstens kenne ich deinen Trick Und zweitens Ich hab keinen Trick Und ich weiß, dass du angemacht hast Hast du Blöckerborn? Nee, hast du nicht, schade Ich hab gedacht, du hast Blöcker anbauen Oder Baseabbauern gemacht Schade Hä, was denn? Ja, du kannst nämlich bei Hypixel zum Beispiel Kannst du es einstellen Wenn du irgendwie beflust bist zum Beispiel Kannst du die Base komplett von Gegner auseinander nehmen Und so von unten Ja, ja, aber ich Das gibt's ja nicht Das ist Gomme Das ist ja klar Ach komm Du mit deinen blöden TNT Ja, ja Maurus Spreng dich in die Luft So 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 Maurus Oh Maurus, was tust du? Ich tue gar nichts Ich gucke gerade zu am Sand zu Was heißt, du guckst dir zu? Maurus, jetzt reicht's Ja, komm, du bist in Game Mode Oh nein, es hat nicht geklappt Ich bin nicht in Game Mode Maurus Wie Maurus, jetzt bau doch das Bett ab Ist klar Bau doch jetzt das Bett ab, Maurus Ich kann dich wieso nicht hitten Maurus, jetzt hab ich dich eingesperrt Ja Spiel fair Was? Spiel mal fair Ich soll fair spielen Okay, hier ist der Enderdrache Hä? Wieso kommt er denn? Okay, hier ist doch kein Enderdrache Schade Schokolade Aus welchen Gründen auch immer Wieso spawnen die, ne? Okay, der Enderdrache kommt nicht, Herr Maurus Dann muss ich's wohl mit Lava-Eimern lösen Maurus, Lava! Überall Lava, Herr Maurus! Spiel fair Ja Ich mach nicht Platz Ja Ich hab gewonnen Leute, wenn euch diese Troll-Folge gefallen hat, lasst ein Like da, bis zum nächsten Mal und ciao.